Wir begrüßen Sie in der S5 nach Bürglen, Sankt Gallen, Rorschach, Sankt Margrethen. Turbo wünscht Ihnen eine gute Fahrt. Bürglen, Sulgen, Kradolf, Bischofszell Nord, Sitterdorf, Bischofszell Stadt, Hauptwil, Arnek, Gossau, Sankt Gallen-Winkeln, Sankt Gallen-Brucken. Nächster Halt, Sankt Gallen. Dieser Zug fährt weiter als S5 nach Sankt Fieden, Goldach, Rorschach, Sankt Margrethen. Wir begrüßen Sie in der S5 nach Sankt Fieden, Goldach, Rorschach, Sankt Margrethen. Turbo wünscht Ihnen eine gute Fahrt. Sankt Fieden. Dieser Zug fährt weiter ohne Halt bis Goldach. Goldach. Rorschach-Stadt. Rorschach. Start. Rheineck. Sankt Margrethen, Endbahnhof. Turbo bittet alle Reisenden auszusteigen und verabschiedet sich von Ihnen. Wir begrüßen Sie in der S5 nach Rheineck, Rorschach, Sankt Gallen, Weinfelden. Turbo wünscht Ihnen eine gute Fahrt. Nächster Halt, Sankt Gallen. Dieser Zug fährt weiter als S5 nach Sankt Gallen, Brucken, Sankt Gallen, Winkeln, Gossau, Weinfelden. Wir begrüßen Sie in der S5 nach Sankt Gallen, Brucken, Sankt Gallen, Winkeln, Gossau, Weinfelden. Turbo wünscht Ihnen eine gute Fahrt. Weinfelden, Endbahnhof. Turbo bittet alle Reisenden auszusteigen und verabschiedet sich von Ihnen. Wir begrüßen Sie in der S5 nach Rheineck, Sankt Gallen, Sankt Gallen, Sankt Gallen, Sankt Gallen, Sankt Gallen, Sankt Gallen. Der S5 nach Rheineck, Sankt Gallen, Sankt Gallen, Sankt Gallen, Sankt Gallen, Sankt Gallen.